Also manche sagen ja, ich poste hier nur Scheiße. Ihr müsst es sehen, was ich alles nicht poste und was hier alles in meinen Entwürfen liegt. Also wenn ihr jetzt hier alle nur noch am Meckern seid, dann können wir sowas wie Corona eben einfach nicht mehr machen. Ein Freund liegt im Krankenhaus, weil er ein Nutella-Brot gegessen hat. Hä? Wieso hat denn, weil er ein Nutella-Brot gegessen hat? Es war mein Nutella-Brot. Oh Schatz! Ja! Weißt du, nur weil zwei Menschen vor 33 Jahren Spaß hatten, muss ich Vollzeit arbeiten. Das ist gemein! Dein Ernst? Echt jetzt? Ja! Oh ey. Schatz, ich habe gehört, ne? Wenn Frauen ohne BH joggen, dann werden die Brüste größer. Dann musst du halt mal ohne Unterhose joggen. Hey! Oh ey! Tsch tsch tsch!